hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge star wars outlaws mein name ist michael und ich spiele für euch wieder weiter wo wir aufgehört haben ich guck gerade was wir denn überhaupt machen was wo wir denn überhaupt weitergeben müssen was wir machen müssen ich hab da schon irgendwas angeklickt irgendeine quest der schrauber will ich das wort machen ja nicht wirklich gucken mal was sie hier der seltener triff roster auf tatwin ich bin ja gerade auf tatwin experten quest okay das machen war aber hä so irgendwo hin dahin gott hmm ok könnten aber auch ich habe was schachtzug durch mit was kontaktperson ja so ja bei den schmied ich glaube wir machen die haupt quest weiter jetzt auch mal langsam irgendwie auch zum ende kommen hier genau das machen wir obwohl warte mal was ist denn das ist denn eigentlich blaster verbesserung der schrauber geschützt ja genau doch wir müssen das mache ich wieder den schrauber hier haben okay müssen wir das doch mache ich will dass ich will den gännis geschützt um haben auf dem super ein ganz geil wir können uns allerdings wo jeden biebende da ist das bis dahin wir können nicht so eine stellreise machen sehr interessant gut ja ich bin wieder zurück zum banter friedhof Ich war gestern da und überfällt es. Oh? Oh? Äh. Drei Kilometer. Der Schrauber. Ja, Leute, vielleicht checkt mal, keine Ahnung. Kommentiert fleißig Leute, lasst einen Daumen hoch, dann lasst mir die wieder supportet, wenn ich tat meine Videos und lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr das möchtet, würde mich mega freuen, wenn ihr mich unterstützt und ja, die Leute mit dir nicht mehr verpasst. Ja. Bereit nix? Ja. 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 Ja, zwei Kilometer, ja. geht Oh. Von dem Ding halten wir uns besser fern, okay? Oh. 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 Stehen geblieben, das ist ein Sicherheitshaus. oh ja ich habe nichts gefunden ich muss irgendwie hier hin irgendwo hier ob die irgendetwas brauchbares haben hier elende java teile tschuldigung sagtest du ja ich suche nämlich nach dem jahr das dumme idee sieh dir den aktuator hier an kaum hatte ich ihn an einem kreuzkonverter angeschlossen gibt er den geist auf ihr schrott ist das letzte ich habe nicht wirklich eine wahl wie du meinst ihre karawane ist gerade wieder zurück ins dünenmeer du kannst sie sicher noch einholen achten will doch wieder irgendwas von mir ich hab doch nichts zum tauchen ja was die tauschen immer nur nervt ach die javis hat sich fest es sei denn ich bediene mich vorher ja genau dass man wieder ein stein im weg ich bin bereit du kannst schwere waffen kaum wie ist der plan wir jagen den konvoi hoch nicht einfach ausrauben das wäre sauberer dein haustier da was ist das ich jetzt hier ziemlich selten gesagt weiß ich nicht mal von welchem planeten er stammt ein troch weg schon mal eine z6 geschossen jetzt mache ich den sögner mache ich jetzt also ich bin von einer quest in die andere rein oder ich die hier machen nicht so gebräuchlich auf kanto gar nicht schwer hebe aus den knien zweithand oben fester stand und feuer frei wer wird denn probier es mal und pass auf den roten dreht sich wie ein wilder kader dillow die ist heftig hey du bist ein naturtalent ich dachte die im hätten dein arsenal aber du scheinst ja noch gut ausgerüstet zu sein was die bloß ein paar plasma knallfrösche hätte nie gedacht dass ich die mal verwende und jetzt warten wir hörst du das der konvoi naht gehen position die kommen ich zünde die minen dann ballern wir los die sehen uns nix die sehen uns nix Das haben sie erledigt. Schauen wir nach den Waffen. Frühgefreut. Da kommt Verstärkung. Ich seh sie. Holen wir sie uns nix. Kommt mich holen. Entschuldigung. Was ist das? Ach komm schon. Oh! Feuer frei! Noch mehr? Feuer frei! Feuer frei! Ich glaube, das waren alle. Mal sehen, ob Rooster ihr Zeug bekommen hat. Erschießen wir sie! Alles da? Nur ein Teil, aber ein guter Teil. Hey, dein Droch weg. Wie war sein Name? Pocho. Hat immer mit dem linken Schwanz auf den Boden gepocht, wenn er glücklich war. Er war so gerne im Feld. Gemeinsam mit mir. Also, bist du immer noch raus? Weißt du, das ruhige Leben war nie was für mich. Danke, Kay. Pass gut auf nix auf, ja? Verlass dich drauf. Ah ja. Interessant. Interessant, interessant. Ja, hab ich einfach mitten drin ein Request gemacht. Sehr geil. Könnte ich jetzt weitermachen? Na los, nix! Wollt ihr noch mehr? So, wir haben sie abgeschüttelt. So, wir haben sie abgeschüttelt. Da sag ich doch, ja. Hey, ich hab gehört, ihr könnt mir ein Geschütz montieren. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ach so. Ach so. Ach so. Hm. Oh. Hm. Was war das für ein Geräusch? Gute Frage. Ja. 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 Genau. Genau so macht man das. Ja. 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 Das waren alle. genau so macht man das so runter okay dann wollen wir mal okay ein maul wäre erledigt alles in ordnung kumpel vergib dich zu dem das ist irgendwie ledrig ledrig die java sind am schiff angekommen haben sie das geschützt dabei noch ist nicht erwiesen dass es funktioniert gut dann behalt das mal im augen ich muss einen weg runter in diese grube finden lecker was hast du gefunden was hast du ja riechst du was nix der zahn endlich ich hab einen jetzt muss ich nur noch raus Hallo? und dann haben wir schon mal gefunden das war gut dieses schrott geschützt ist es hoffentlich wert Sind da in Ossie? Ja. hat dieser salak echt ein ganzes schlug da ist ein ausgang fast geschafft ja gut ja klasse wäre noch bestohlen das ist Was ist das denn für ein Hengen? Au. Wirklich? Ich glaube, wir haben ein Problem, Gruppe. Wirklich? Wirklich? Festhalten! Wirklich? 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 Aber wirklich? 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 Sie sind festgenagelt! Oh, was denn nur auf Interessen! Oh! Noch nicht vorbei! Du, Sack! Gehen wir mal weiter! Was? Ich kann dich immer noch erledigen! Oh, wo ist mein Zahn? Hier, Säcke! Was ist mein Zahn? Ehrlich? Wie gar nicht? Ich hab's gefunden! Nix! Jag es hoch! Was hast du gefunden, Nix? Na, Kumpel? Was gewittert? Henk klang! Oh! Noch eine Kiste hier? Ja, das tat weh. Ja, schon. Kommen wir ab. Oh, hier ist noch ein Schatz. Eigentlich. Ja, was wird ungeduldig? Woran merkst du das? Sie versuchen, mich auszuschlagen. Oh, okay. Ich bin auf dem Weg zu Ihrer Anführerin, ja? Bleib einfach, äh, ganz. Ja, ich bin fast da. Ja. Ja. Hier. Direkt aus dem, äh, zweiten Maul. He, he! Manabisa! Manabisa! Das ist, äh, gut, oder? Oh, ja! Ein guter Geschäftsabschluss erfüllt mich mit Freude. Okay. Okay. Ich glaube, Leute, das war's. der Folge. Ich schau mal eben nach. Ah! Ah. Ah. Ah! 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 so oh material so als nächstes machen wir so hm 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 manchmal die beiden gelegenheiten oder wir machen direkt ist der druiden spielt und machen die hauptquest weiter so leute das war es mit dieser frau ich hoffe es hat euch gefallen mir schon ja ja wie gesagt hat gefallen wenn ihr an kommentiert lässt einen daumen hoch da lasst mir lieber support und mich teilt man wie es und das kennen kostlosen aber das wirklich mega freuen und unterstützen und vergiss dich leute aktiviert die glocke wenn ihr nicht so verpassen wollte egal was ich mache würde mich freuen und zum verabschieden sage tschau bis zum nächsten mal euer michael